Pico! Fan Pico! Ich höre jetzt im Fernsehen. Ok, warum ich diese Knoppers esse? Weil dieses knusprigige Werk einfach ein wunderpreis. Sehen Sie, ich mach das auf. Warum es ist auf? Und ich schiebe dazu. Morgens, halb zehn in Polen. Warum ist mein Knoppers? Ey, jetzt schon wieder Lennisch. Warum ist der Knoppers eher zu tun? Der Knopper ist eher zu tun. Das ist lecker. Und eine... Leuke Waffe. Und leckere Kakaobotter. Das ist echt gut. Und sehr billig. Du uns einen. Hier vor dem Foyer. Für jou. Für mich? Nein, für jou. Wow! Haben die Jungen von Stork echt gut gemacht? Ja, machen wir die Europas. Das ist ein Legat zur Droge. Hilfe, hätte Waffe. Ja, hätte Waffe, ja. Knischpie und Knuschpie. Alltäid um halb zehn in Amsterdam. Back vorbei. Ich eat my Knoppers. Ich bin ein ein. Ich bin ein. Sin-Junsch. Aber Felix, lecker hat das Wasser.